Köln, wie so oft bei Bares für Rares, stimmt die Expertise nicht mit dem überein, was sich der Verkäufer wünscht. Dennoch gelangt er in den Händlerraum, doch auch dort gibt es ein Debakel. Am Ende siegt seine Faulheit. Mit einer recht kuriosen Rarität betritt Lars Ebert aus Neuwied die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln. Das ist eine Wasserpumpe, tippt Moderator Horst Lichter, 62, beim Anblick dieses skurrilen Objekts, und liegt weit daneben. Sehr zur Freude von Experte Sven Deutschmanek, 48, der schelmisch kommentiert, Ja, das ist ein Gerät, um Heizkörper zu entlüften. Der frühere TV-Koch fühlt sich von dem 48-Jährigen veräppelt, weshalb er sich an den Verkäufer wendet. Es ist eine Brötchenpresse aus meiner eigenen Familie, einer Bäckersfamilie, klärt der Mann aus Neuwied auf. Der Experte kennt das Industrieobjekt aus Gusseisen nur unter den Namen Brötchenteiler oder Portionierer. Leider lasse sich das schwere Ding nicht genau datieren. Zudem sei auch ein Hersteller-Logo nicht zu finden. Bares für rares Experte kann Wunschpreis nicht bestätigen. Trotzdem geht der Kunst- und Antiquitätenhändler davon aus, dass die Rarität zwischen 1930 und 1950 hergestellt worden sei. Der Grund? Damals seien vermehrt Hilfsmittel für Bäckereien entwickelt worden. Der Wunschpreis des Verkäufers liegt bei 400 Euro. Doch was sagt Deutschmanek? Der 48-Jährige schätzt das Objekt auf lediglich 150 Euro. Das ist ein Jeckending, aber verkaufst du auch für 150 Euro? Fragt Lichter den Kandidaten. Bevor er das massive Teil wieder mit nach Hause schleppt, wählt der Verkäufer lieber die Händlerkarte. Aber auch im Händlerraum stößt das skurrile Objekt nicht auf viel Gegenliebe. Christian Fechtel, 49, erhält schlussendlich den Zuschlag. Und das bei einem Gebot von nur 110 Euro. Aber warum? Ich habe keine Lust, es wieder mit nach Hause zu tragen. Gesteht der Verkäufer seine eigene Faulheit ein. G죽 60, 21, 21, 21, 23, 23, 24, 25, 24, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 29. Und dann kommt nach Hause einen Reiten da bändern. Das ist ein Schmuck und Crawford kann man wählen. Dasinte ist hell das mit Kindern 11, 29, 29, 30, 31, 31, 32, 32, 33. Und dann kommt nach Hause diesen Faltfeld schauen. Und dann nó ist eine kleine digitale Händler. Und dann kommt nach Hause an elf thatís malente. Und was mit nach Hause drin 그건 geht? Nein, da gehört gerade die Wunden Clarkeokantern. Und dann noch's wahrscheinlich wieder Hollywood davonalion. Und drei Minutensk potem. Und dann später geht das hin. Vielen Dank.